Was ich gerne mit Ihnen diskutieren will, ist, wann beginnt man mit der Therapie heutzutage, warum Transplantation weiterhin der Standard ist, was es an neuen, zielgerichteten Therapien gibt und dass die Immuntherapie stark im Kommen ist. Zunächst mal zu den bisherigen Therapieentscheidungen. Wann soll man das Möderum behandeln? Bei sicher einigen von Ihnen hat man das Möderum diagnostiziert, weil er gesagt hat, Sie haben die Erkrankung, aber man hat mit der Behandlung nicht angefangen. Und vor ein paar Jahren war das tatsächlich nur so, dass man wirklich darauf gewartet hat, dass irgendein Organ einen Schaden aufweist. Und diese Schäden sind da oben dargestellt. Also entweder war das Calcium im Blut erhöht, dann war die Niere schlechter, der rote Blutfarbstoff war abgefallen oder man hat im Röntgen Knochen Veränderungen gesehen oder es gab häufiger Infektionen. Das waren damals die Kriterien. Das war häufig ganz schwierig, auch im Gespräch mit dem Patienten, weil es wurde gesagt, ja klar, bei anderen Tumorerkrankungen, da stellt man die Diagnose und dann fängt man mit der Therapie an. Warum muss ich jetzt warten, bis ein Organ dann tatsächlich geschädigt ist? Und das liegt natürlich daran, dass nicht bei allen Patienten dann sozusagen relativ kurzfristig Probleme auftreten. Und deshalb hat man sehr sorgfältig mal analysiert, was sind denn so Risiken, mit denen man vorhersagen kann, dass ein Organ geschädigt wird. Und da ist man dann auf die sogenannten Slim-Grab-Kriterien gekommen, die man jetzt hier rot dargestellt hat. Und das begründet vielleicht für den einen oder anderen auch, warum wir immer wieder Knochenmarkenuntersuchungen durchführen. Denn dann, wenn mehr als 60 Prozent Knochenmarkeninfiltration vorliegt, dann wird die Krankheit sehr rasch aggressiver. Oder wir gucken immer auf diese Leichtkettenratio. Und die ist auch sehr wichtig, wenn die über 100 oder kleiner 0,01 ist, auch dann ist sozusagen die Gefahr vorherzusehen. Und warum machen wir immer wieder Kernspintomographien? Weil auch dann, wenn mehr als eine fokale Lession im Knochenmark gefunden wird, ist die Krankheit sozusagen schon deutlich fortgeschritten. Und ich darf Ihnen jetzt gerade ein Beispiel mal zeigen. Blau sind Patienten, bei denen man die Biologen festgestellt hat und die im Knochenmark aber weniger als 60 Prozent Knochenmarkinfiltration aufweisen. Sie sehen, dass nach zehn Jahren immer noch 50 Prozent dieser Patienten keine Organmanifestation zeigen. Deshalb hat man gesagt, wird man diese Patienten eben nicht behandeln. Weil man bei 50 Prozent nach zehn Jahren noch eine stabile Situation hat. Wenn die Knochenmarkinfiltration aber 60 Prozent erreicht und überschreitet, dann sehen Sie auf dieser linken Kurve, dass dann das sehr, sehr rasch abstürzt. Das heißt, die Patienten entwickeln innerhalb von meist wenigen Monaten diese Endorgan-Schäden. Und deshalb hat man gesagt, diese Patienten muss man sofort behandeln. Und deshalb ist heutzutage eben nicht nur diese Grab-Kriterien, sondern es sind eben auch diese Informationen, Knochenmarkinfiltration, Leichtkettenratio und Kernspintomographische Analyse spielen eine wichtige Rolle bei der Therapieentscheidung. Die nächste Frage ist, soll man transplantieren, ja oder nein? Und es kommt jedes Mal die Diskussion auf, wenn man, natürlich eine Transplantation ist, eine eingreifende Therapie. Man verbringt mehrere Wochen auf der Station und es gibt viele neue Therapiemöglichkeiten. Deshalb wird immer wieder die Frage an uns herangetragen haben, muss es denn sein mit der Transplantation? Und auch da gibt es viele Daten, ich möchte vielleicht eine Studie speziell vorstellen, die die amerikanischen Kollegen, vor allem gemeinsam mit den französischen Kollegen, durchgeführt haben. Über 1000 Patienten sind hier behandelt worden. Man hat eine der modernsten Therapien, das war immerhin jetzt schon neun Jahre, damals Replimit, Velcade und Dexamethason gegeben und hat einem Arm zusätzliche Transplantation dazugegeben und beim anderen Arm haben wir einfach mit Replimit, Velcade und Dexamethason durchtherapiert. Und diese Studie hat gezeigt, dass jede Subgruppe von der Transplantation profitiert hat. Und es gibt inzwischen fünf Studien mit weltweit über 3000 Patienten, die gezeigt haben, dass trotz der neuen Substanzen die zusätzliche Transplantation nach wie vor einen deutlichen Vorteil im progressionsfreien und Gesamtüberleben bringt. Wie ist jetzt eine Transplantation heutzutage modern durchzuführen beim jungen Patienten? Es gibt die Induktionstherapie, da versucht man den Tumor möglichst erstmal runterzudrücken, bevor man die Stammzellen sammelt und transplantiert. Und dann führt man die Transplantation durch und dann kommt zunehmend jetzt die Konsolidierung. Das heißt, man greift häufig auf die Therapie zurück, die man vor der Transplantation durchgeführt hat und gibt die nach der Transplantation nochmal, um sozusagen die Remissionsqualität, also die Tumorreduktion noch weiter zu verbessern und anschließend erfolgt dann eine Erhaltungstherapie. Hier ist bisher nur Lenalidomid zugelassen und dafür gibt es aber auch sehr gute Daten, dass es sinnvoll ist, mit Lenalidomid nach Transplantation zu behandeln, unabhängig davon, wie das Therapieergebnis ist und wie die Risikostratifizierung aussieht, also ob Hochrisiko oder Standardrisiko. Bei der sogenannten Induktionstherapie vor der Transplantation, dieses Zwischenstandard, dass man drei Substanzen einsetzt und das sollte Welkate oder Carfizum mit dabei sein, es sollte Redli mit dabei sein und Dexamethasone gegebenenfalls noch ein zusätzliches Tytostatikum. Das ist Standard und woran man im Augenblick arbeitet in den meisten Studien, ist, dass man auch schaut, ob ein zusätzlicher Antikörper noch das Ansprechen weiter verbessern kann. Dann immer wieder auch eine Frage, die viele Patienten umtreibt und das kann man auch nachvollziehen, soll man eine einfache Transplantation oder eine Doppeltransplantation machen? Da haben wir Daten aus einer europäischen Studie über 1600 Patienten behandelt und da sieht man, rot sind die Patienten, die sich in einer Doppeltransplantation oder blau, die einmal transportiert werden, also ein eindeutiger Vorteil für die Doppeltransplantation. Und dieser Vorteil ist besonders ausgeprägt, das sieht man hier, wenn der Patient Hochrisikokriterien hat, dann verdoppelt sich fast das populationsfreie Überleben. Was derzeit noch nicht eindeutig klar ist, und das haben wir in der Studie überprüft, wobei wir die Daten noch nicht vorliegen haben, ist, wenn ein Patient sehr gut angesprochen hat auf eine Transplantation und Standardrisikokriterien aufgrund seiner Zytogenetik, also der Analyse seiner Chromosomen aufweist, dann wissen wir noch nicht, ob die Patienten wirklich von der zweiten Transplantation profitieren. Wie sieht die Therapien des älteren Patienten aus, der nicht transplantationsfähig ist? Da gibt man entweder VNP, das ist Well-Keym, Well-Fanal und Rednisolon, oder Revolimidexamethason, das können Sie aber eigentlich fast wieder vergessen, denn das hat sich auch, oder wird sich jetzt ganz dramatisch verändern. Auf dem nächsten amerikanischen Hämatologenkongress, der jetzt in zweieinhalb Wochen stattfindet, werden neue Daten vorgestellt, die Daten zeigen, dass beim älteren Patienten in der Zukunft die Erstlinientherapie eine Therapie mit einem Antikörper sein wird. Und besonders spannend, die Daten habe ich schon mal gehört, sind die Daten aus dieser MAIA-Studie, wo man Revolimidexamethason mit Daratumumab kombiniert. Und da wird ein progressionsfreies Überleben von 50 Monaten berichtet, was wirklich ein sensationelles Ergebnis ist für eine Therapie bei älteren Patienten. Also hier ganz klar, weil der Patient wird in der Zukunft der Antikörper ganz nach vorne kommen. Elotuzumab gibt es auch sehr spannende Daten jetzt, vor allem in der Kombination mit Revolimidexamethason und Pomalinoidexamethason. Dann, jetzt kommen wir eher jetzt in die Situation, dass der Patient schon behandelt worden ist, die Krankheit ist zurückgekommen, was gibt es dort an neuen Möglichkeiten? Nein, da gibt es die neuen zielgerichteten Therapien. Und das ist eine Entwicklung, die sich jetzt auch schon über 20 Jahre hinzieht. Und so die Philosophie der zielgerichteten Therapie, hier ein bisschen dargestellt, die normale Chemotherapie, die ich sehe jetzt oben dargestellt, rot sind die Tumorzellen, gelb die normalen Zellen. Sie sehen, die normale Tumortherapie greift eben sowohl die roten, die kranken, als auch die gelben, die gesunden Zellen an. Aber der Traum der Tumortherapie ist natürlich, ich greife jetzt nur die roten, die Tumorzellen an und lasse die gelben völlig normal. Und die Basis sozusagen dieser zielgerichteten Therapie besteht darin, dass man eben die Erbsubstanz des Tumors sehr, sehr genau charakterisiert. Und Dr. Korthil wird hier nachher nochmal neue Verfahren zu dieser Diagnostik vorstellen. Die Idee, und das hat sich letztendlich bei einer anderen Erkrankung gezeigt, ist, dass man über genetische Veränderungen sozusagen den Mechanismus der Krankheitsentstehung versucht zu klären. Und die ist zum Beispiel bei dieser speziellen Form der Leukämie eine neue, durch eine genetische Veränderung entstandene Protein. Und dieses Protein ist dafür verantwortlich, dass die Zelle zum kontinuierlichen Wachstum und zum Überleben angewegt wird. Und man hat inzwischen gelernt, dieses neue Protein sozusagen auszuschalten durch ein Eiweiß. Das sehen Sie jetzt hier mal dargestellt, wie sozusagen dann die Nachrichten in Richtung Zellkern, in Richtung Zelle, sie soll sich teilen durch diese zugegebene Substanz, die man als Tablette gibt, blockiert wird. Hier vielleicht noch ein bisschen besser dargestellt, das ist sozusagen das Protein, was neu entstanden ist. Das holt sich hier über das ATP sozusagen die Energie, das müssen Sie sich umvorstellen, wie wenn hier sozusagen der Motor getankt wird und die Idee mit dieser neuen Substanz, das ist das Prinzip dieser zielgerichteten Therapie, ist, dass diese neue Substanz sozusagen den Tankstoffen hier verstopft und sozusagen keine Energie mehr an dieses, den Tumor auslösende Protein herangeführt werden kann. Das sieht dann so aus, das wird praktisch blockiert und jetzt kann der Tumor sozusagen nicht mehr getankt werden. Das hat sich bei dieser Krankheit fantastisch ausgewirkt. Das ist eigentlich die Modellerkrankung für die zielgerichtete Therapie, Sie sehen, das Überleben hat sich dramatisch für diese neue Substanz verbessert und man hat natürlich die Hoffnung, dass eine ähnliche Form in der zielgerichteten Therapie jetzt auch bei anderen Tumorerkrankungen, unter anderem auch bei Multiple Myeloma einführt. Und eine der Möglichkeiten sind sogenannte BRAV-Mutationen, das ist ein weiteres Argument, weshalb wir immer wieder nach Knochenmark-Punktionen bei Ihnen fragen und Sie da auffordern, es machen zu lassen, weil wir nach diesen Veränderungen schauen wollen, die sozusagen für die Entstehung des Myeloms zumindest bei einigen der Tumorzellen eine wichtige Rolle spielen. Und man hat inzwischen gesehen, und wir haben auch selber solche Patienten im Rahmen von Studien behandelt, die diese genetische Veränderung aufweisen, dass man dort in der Tablettentherapie, zum Beispiel Vemografinipir, wir machen es jetzt in einer Kombination, doch sehr schöne Ansprechen erreichen kann. Eine andere ganz neue Substanz, die jetzt auch massiv bei Multiple Myeloma erprobt wird, ist das sogenannte Venetoclax. Venetoclax ist eine Apoptose-Induktur, das heißt also jede Zelle hat sozusagen einen Mechanismus, der ihren Tod bestimmt. Und eine Tumorzelle zeichnet sich dadurch aus, dass er sich diesem Selbsttot-Mechanismus entzieht und den versucht man mit dem Venetoclax wieder herzustellen. Und da sieht man eine Subgruppe von Patienten, und auch das ist ein weiteres Argument, immer wieder für die Knochenmarkenpunktion, dass wir hier nach der Translokation L14 schauen. Denn für diese Form ist diese neue Therapie sehr, sehr wirksam, wie Sie hier sehen. Und wir haben auch Patienten in Würzburg behandelt. Und es ist jetzt mal ein Patient, da sehen Sie mal, wie wirksam so etwas bei dieser Subgruppe sein kann. Der ist mit VCD behandelt worden, also Velk, Zykloposfamil, Dexamil, sondern hat nicht angesprochen, hat eine Kombinationstherapie bekommen, ist dann mit Dachatumumab behandelt worden, immer kein Ansprechen, auch auf Stammzelltransplantation kein Ansprechen. Und wir haben ihn dann auf so eine Venetoclax-Kombinationstherapie gesetzt. Und innerhalb von wenigen Wochen war der Patient in einer kompletten Session. Beispiel dafür, dass eben diese zielgerichtete Therapie hocheffizient sein kann. Es gibt jetzt neue Substanzen, die vielleicht noch breiter zielen, wo man eben nicht nur diese L14-Translokation angeht, das sind die sogenannten MCL1-Inhibitoren. Oder gibt es jetzt auch Studien, die an denen wir auch teilnehmen, doch Berichte über zum Teil Exzellentes ansprechen. Also diese Apoptose-Induktion könnte ein sehr spannendes Therapieprinzip für die Zukunft werden. Dann ein weiteres interessantes Molekül, auch ein spannender Name, Selinexor, ein Inhibitor des Kernexportes. Also was das letztendlich macht, dieses Medikament, ist, dass es der Tumorzelle nicht erlaubt, Eiweiße aus dem Zellkern auszuschleusen, die das Tumorwachstum hemmen. Das sozusagen zwingt die Tumorzelle auch zum stärkeren Absterben. Und dieses Medikament, was wir derzeit auch in Studien evaluieren, ist insofern sehr spannend, weil es auch bei Patienten, die sozusagen auf alles, was der Markt bisher hergibt, nicht mehr ansprechen, immer noch bei 20 bis 25 Prozent gutes Ansprechen bringen. Und diese Substanz wird jetzt auch zunehmend mit anderen Substanzen kombiniert. Nun zum Abschluss noch zur Immuntherapie. Die Immuntherapie, hören Sie ja, überall ist sehr arg im Kommen. Man hat gerade den Nobelpreis für Medizin auch für die Immuntherapie vergeben. Diese spezielle Form, die für den Nobelpreis aber ausgezeichnet worden ist, kommt bei Müllerum wahrscheinlich nicht zur Anwendung, weil dort die Tumorzellen wahrscheinlich für diese Form der Immuntherapie einfach nicht geeignet sind. Aber es finden andere spannende Immuntherapien statt. Und jetzt aber noch mal zunächst zu der Frage, und es führt dann auch so in diese Therapien über, warum versagt das Immunsystem des Patienten in der Kontrolle des Patienten? Ich meine, der Patient, der Myelon-Patient, ist ja in der Lage mit Infektionen meist ganz ordentlich klar zu kommen. Gute, gewisse Infektschwäche ist da. Aber trotzdem entsteht ein Tumor bei einem weitgehend funktionsfähigen Immunsystem. Und der Grund besteht darin, dass der Körper zu wenig Immunzellen produziert, die den Tumor tatsächlich erkennen können. Und dass es teilweise schwierig ist für die Immunzellen, an die Tumorzellen heranzukommen. Das sind sozusagen die zwei Punkte, warum das Immunsystem des Patienten versagt. Und hier ist sicher die allogene Stammzelltransplantation nach wie vor eine der Möglichkeiten, dieses Immunsystem sozusagen gegen den Tumor zu aktivieren. Denn man gibt dem Patienten ja im Rahmen der allogenen Stammzelltransplantation ein ganz neues Immunsystem mit, sodass diese Zellen sozusagen, die Tumorzellen in Patienten als fremde Zellen erkennen, wie ihnen diese vorgehen. Und durch die Vorbehandlung vor allogener Transplantation setzt man Entzündungsreiz in den Tumorzellen, sodass diese neuen Immunzellen sehr effizient an den Tumor herankommen und den Tumor dann ausschalten können. Und wir haben also in großen Studien auch gezeigt, dass gerade für Patienten, die sehr, sehr ungünstige Kriterien haben, die allogene Transplantation eine dramatische Verbesserung der Prognose im Vergleich zur autologen Transplantation bringt. Jetzt aber zu den neuen Formen der Immuntherapie. Und da ist natürlich auch die Frage, wie kann man die Zahl der tumorreaktiven Zellen vermehren? Und eine der Strategien, und da bin ich wirklich stolz drauf, die ist in Würzburg entwickelt worden, das sind sozusagen die bispezifischen Antikörper. Das sind sehr kleine Moleküle, die Folgendes machen. Sie binden an eine Immunzelle, die zum Beispiel gegen das Grippevirus gerichtet ist, mit diesem roten Bindungsteil und mit dem grünen Bindungsteil binden sie an eine Tumorzelle. Sie bauen sozusagen eine immunologische Brücke zwischen einer Immunzelle, die gegen zum Beispiel Grippe gerichtet ist, und der Immunzelle. Und das bewirkt, dass die Immunzelle plötzlich nicht mehr nur gegen das Grippevirus vorgeht, sondern die Tumorzelle erkennt und die Tumorzelle dann zerstört. Wir haben das erstmals beobachtet, also in der klinischen Anwendung beobachtet, bei Patienten, die wirklich mit dem austherapierten Lymphknotenkrebs zu uns gekommen sind. Und wir haben Patienten, die jetzt über vier, fünf Jahre nach wie vor krankheitsfrei sind. Und das Zweite, wo es inzwischen sogar zur Zulassung dieses Medikamentes geführt hat, ist die akute lymphatische Leukämie. Das ist sozusagen unsere Starrpatientin, die mit noch hohem Alter zu uns kam, mit einer schweren Leukämie-Symptomatik. Man hat dann die akute Leukämie diagnostiziert, man hat sie chemotherapiert, sie hat nicht angesprochen. Die Lebenserwartung wäre bei ihr in Tagen bis Wochen gemessen gewesen. Man hat sie dann mit dieser neuen Immuntherapie behandelt. Und sie kam in eine komplette Revision und ist seit neun Jahren jetzt krankheitsfrei. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass diese Substanz, diese neue Immuntherapie auch weltweit inzwischen zugelassen worden ist für die Therapie der akuten lymphatischen Leukämie. Wir haben in Würzburg jetzt ein sehr, sehr großes Programm gestartet mit neuer Immuntherapie, wenn die bei verschiedenen, auch soliden Tumoren, an Prostatakarzinom, Lungkarzinom, auch Hirntumoren wird sie jetzt eingesetzt. Wo wir natürlich sehr, sehr spannend waren oder gespannt waren, waren die Ergebnisse zu Multiple Myeloma und zur akuten Myeloma und zur Leukämie. Ich zeige Ihnen jetzt mal die Daten zum Multiple Myeloma. Es war eine sehr intensive Arbeit, an der sich verschiedene Zentren, auch französische Kollegen, beteiligt haben. Man musste erst mal die Dosis steigern, aber die Daten sind jetzt sozusagen für die erste Studie abgeschlossen und die werden als sozusagen beste Präsentation auch auf dem amerikanischen Hämatologenkongress auch ausgezeichnet. Und jetzt hier mal ein Beispiel, wie diese neue Immuntherapie hat sie jetzt gerade ja mal für das Lymphom und für die akute lymphatische Leukämie gezeigt. Sie sehen, das ist ein Patient, der ist klassisch behandelt worden, einmal VCD, hat dann eine Stammzelltransplantation bekommen, war dann wieder progrediert, ist dann mit Remlimit-Examethasone behandelt worden, hat dann einen Antikörper bekommen, dann einen anderen Antikörper mit Pomalidomid und war wieder progrediert, ist dann mit dieser neuen Immuntherapie, die sich Ihnen gerade gezeigt hat, diesen bispezifischen Antikörper behandelt worden. Und Sie sehen, innerhalb von wenigen Tagen kam der Patient in eine komplette Remission. Und was wir sagen können, in der Dosis, die man jetzt erreicht hat, haben praktisch alle Patienten eine komplette Remission erreicht, obwohl sie alle deutlich vorbehandelt waren und einige waren auch MRD-negativ, sodass das also eine der neuen Immuntherapien wirklich mit ganz, ganz großem Potenzial jetzt weltweit diskutiert wird. Und wir sind natürlich sehr stolz, dass wir die Daten jetzt in den USA vorstellen dürfen. Sie haben alle von den Hemibodies gehört. Das ist sozusagen schon die nächste neue Entwicklung. Da geht es jetzt darum, dass man diese bispezifischen Antikörper noch wirksamer, noch effektiver macht. Und es geschieht dadurch, dass diese Hemibodies nicht ein einziges Antigen, sondern zwei Antigene auf der Zelloberfläche des Multiple Hyalurons erkennen, dass man dadurch eine höhere Spezivität und auch weniger Nebenwirkungen erreichen kann. Und Herr Stuhl und Herr Bum sind ja sehr aktiv. Und nachdem ich gesagt habe, ich möchte es gerne zuerst beim Hyaluron getestet haben, haben Sie auch die erste Entwicklung jetzt in Richtung Multiple Hyaluron vorangetrieben. Und Sie versuchen jetzt hier eben verschiedene Kombinationen von Oberflächenantigen auf dem Multiple Hyaluron zu adressieren. Die letzte neue Entwicklung, die ich Ihnen vorstellen will, sind die sogenannten KT-Zellen. Da wird Ihnen nachher Michael Uliczek, der bei uns das wissenschaftliche Programm zu dieser neuen Immuntherapie leider noch mehr vorstellen. Warum ist das sozusagen eine sehr, sehr spannende Geschichte? Es geht auch immer, es sind häufig ja Patienten, Patienten Schicksale, die dann sozusagen so eine Therapie bekannt machen. Das war ein vierjähriges Mädchen, Amy Whitehead, die im Alter von vier Jahren einer akuten Leukämie erkrankt ist, in sämtlichen amerikanischen Zentren oder in einigen der großen Zentren behandelt worden, hat auf keine der neuen Therapien angesprochen. Martin Held hat schon gesagt, nimm die Amy in Hospiz, wir können nichts mehr für sie tun. Und dann kam dieser Kollege Karl Schuhn zum Einsatz, der hat sozusagen diese KT-Zellen in den USA mit als einer der ersten in die klinische Anwendung gebracht. Der hat Amy behandelt und Amy ist jetzt seit sechs Jahren krankheitsfrei. Und das hat natürlich in den USA sozusagen einen totalen Hype für diese neue Therapie ausgelöst. Und auch hier darf ich sagen, dass wir in Würzburg wahrscheinlich in Deutschland die größte Erfahrung im Einsatz zu der KT-Zellen haben, zwischen über 20 Patienten, Allerdings nicht mit Multiple Myelome, sondern mit Non-Hodg-Symphe und Leukämie behandelt. Und Michael Bulletschek wird später noch die Aktivitäten genauer vorstellen. Jetzt gibt es aber eben auch Anwendungen bei Multiple Myelome. Und das war auch in Nature Biotechnology, also im ganz berühmten Journal, ist da dieser Patient vorgestellt worden mit Multiple Myelome, der sozusagen auch als austherapiert eingeschätzt worden ist, der dann diese KT-Zellen bekommen hat. Und Sie sehen, er hat nicht nur ein sehr gut kontrolliertes Myelome, sondern auch eine super Lebensqualität und ist sozusagen jetzt die Werbefigur für die KT-Zellen bei Multiple Myelome in den USA geworden. Was sind das jetzt, diese KT-Zellen, was man hier macht? Ein bisschen anders als bei irgendwie spezifischen Antikörpern, dass man diesen T-Zellen einen neuen Rezeptor, sozusagen genetisch einpflanzt und dass mit diesem neuen Rezeptor die Myelome-Zelle, die die Immunzelle vorher nicht erkannt hat, plötzlich erkannt werden kann. Und Herr Bulletschek würde Ihnen noch genauer vorstellen, welche Targets man letztendlich dann hier adressieren kann. Das Spannende ist und wir werden jetzt in den nächsten Tagen die ersten zwei Patienten in Deutschland mit solchen KT-Zellen bei Multiple Myelome behandeln. Vielleicht nochmal, wie das Ganze abläuft. Zunächst mal gibt man Flutarabie-Zyklophosphor mit. Das heißt, man reduziert die Lymphozyten in Patienten und gibt dem Patienten dann Zellen, die man vorher entnommen hat und die man genetisch verändert hat, wieder zurück. Das Verfahren läuft so ab, dass die Zellen hier in Brustburg entnommen werden. Dann gehen sie nach Düsseldorf, nach Köln, werden dann von Köln nach USA transportiert, werden dort vier Wochen lang genetisch verändert, kommen dann wieder zurück und werden dann in den Patienten infundiert. Das ist natürlich ein sehr kompliziertes Verfahren. Wir arbeiten daran, dass man das vielleicht auch hier in Deutschland machen kann. Auf jeden Fall, die Ergebnisse bisher, hat sich wie immer Patienten ausgewählt, die massiv vorbehandelt sind, eine sieben bis acht Linien vor Therapie. Sie sehen, den Großteil der Patienten war komplett refraktär auf alles, was man bisher sozusagen bei Multiple Myronome einsetzt. 100 Prozent haben angesprochen auf diese Therapie, trotz dieser massiven Vorbehandlung. und Sie sehen, dass sie immerhin 50 Prozent komplette Emissionen hatten. Da gab es jetzt einige Diskussionen, das sind jetzt das progressionsfreie Überleben. Also die Patienten, die super angesprochen waren, haben 18 Monate krankheitsfrei überlebt. Da war so eine gewisse Enttäuschung, da hatten Leute gesagt, die Patienten hätten doch eigentlich geheilt werden müssen. Aber ich denke, wenn man weiß, siebte, achte Linie der Therapie und dann so ein Ergebnis ist es wirklich sensationell. Und im Augenblick, was passieren wird, ist, dass man diese Zelle eher früher bei den Patienten mit Multiple Myronome einsetzt. Und da glaube ich, werden die Ergebnisse auch noch besser werden. Ja, das war jetzt wirklich ein Pass-Frost-Fritt durch die neuen Entwicklungen bei Multiple Myronome. Vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.